Ich wollte schon sagen, ich schwimme gerade mit Max. Oh mein Gott, diese Katze. Ist er eigentlich wie Max der Montagne pickt? Diese Katze, ja. Oh mein Gott. Ich wollte sagen, du willst doch da jetzt nicht bleiben. Doch, wenn ich will, bleibe ich da auch. Pass auf, Kaid. Oh, ich will das so bleiben. Komm mal bitte rüber. Sprinte, du ist Free Speed. Einmal ausmachen. Ja, Kevin, hättest du die Shotgun mitgemacht, hättest du selber Breach. Nee, wenn ich schon andere habe, dann passt das auch. Ich muss sagen, das liebe ich echt an der C-70. Dieses Nachlarn. Zack, zack, fertig. Track mal. Moment. Oh, das ist Bullshit. Das ist Bullshit mit dem, ich schwöre. Versuch mal, was zu tracken. Was? Wo war der Capcan hier, doch. Capcan. Ich wollte hier. Ist aber weit weg. Da sind gelbe Spurspuren, kannst du dreh dich lieber auf die. Gelbe Spurspuren. Oh, der hat Cheesy gemacht. Oh, die haben fuck off. Die haben fuck off. Die ist down. Ding. Mach dir nochmal den Jump. Ist doch so, ist der? Ach, maan. Ich hab da schon irgendwas gesehen, aber... Ach ja, ich vergesse immer, dass der eine Slug-Shoddy hat. Ja, mich auch. Aber bei der Boss-G, da siehst du, dass der Ding eine Slug-Shoddy ist. Aber bei der... Die hat vorne einen Silencer drauf, die immer größer ist als die Waffe. Meine Judge in Payday 2. Basically genau das gleiche. Oh, du hast eine Waffe an deinen Silencer. Das sieht so unregelndissig aus, wenn der Ding ist... Ähm... Äh, ich hab gemeint... Gut, dass ich aufgenommen habe, weil das sah ein bisschen sehr bescheuert aus. Mit deinen Armen nach hinten auf den Rücken. Ups. Was ist denn für ein Wurf, ey? Oder was nicht? Ich drehe mich um... Oh, nein, bei mir! Nein, bei mir! Der ist mit Shoddy unterwegs. In Leona? Ja. In Leona? Leona. Leon! Ich bin noch vom Bett ausgegangen. My life. Oh. Ich wollte schon sagen, was ist denn, hä? Das chillt. Ja, das hab ich auch gesehen. Wow. Wow, Smunk. Nein, nicht im Ernst, oder? Diese Impacts-Friendly were eliminated. Nur für Justin heute. Hm, Fußspuren? Der Jekyll-Master ist wieder da. Der Sophie-Master leider nicht, weil... Oh mein Gott, der spielt das LM... Oh Gott. Warte, LMG, Wursch? Was? Let's go. Ich habe kein LMG. Mann! Oh nein, ich hab auch keinen. Ich könnte die PDW mitnehmen. Sieht, was soll das LMG? Nein. Die hat auch nicht weniger Schuss als das von IQ, also... Sind Downstairs-Server. Okay. Das ist ein guter Callout, Kevin. Ich hab den von dieser Entfernung gespottet. Was? Wenn du Doritos mal hochkommst. Nein, Monty, nicht im... Oh. Purebred Failure. Was? Am Monty auch aufs Kicken, da bin ich dabei. Wenn du Monty... Äh... Bist jetzt spät. Aber... Gut. Boah, wenn spiel ich. Mach mal. Das ist eine gute Idee. Ich will mal nix. Das Spiel kennt mich. Das Spiel kennt mich. Warum beide Russen? Bro. Ey, nix gegen Capcom und vor allem Kevin nix gegen den Lord. Äh, ich spiel wieder den Jakal. Hä? Vorspuren? Seine Bart und seine Kindschutze. Mit den Kindschutze. So geknackt. Bei Firmite aber auch, ey. Weißt du? So, so... So, so... So, so... Ja. Mitten im Krieg. Das ist so das Letzte, was passiert. Dass dein fucking Kind irgendwie kaputt geht. Auch wenn es zur Fixierung des Helmets ist. Es ist trotzdem... Sieht trotzdem kacke aus. Wobei gut, Firmite, äh... Mit der Brille, ne? Oh boy, was los? Ich weiß nicht. Danke. Diese Pring-It-Cetchup schmecken einfach eins zu eins wie Pombäer. Darf ich jetzt? Welche Pombäer? Normal. Sie sind, äh... Ja, unten direkt, Eingang. Echt? Achso. Mal schauen, dahinter ist das. Da kannst du durchspringen. Ah, ich hab's schon gesagt. Wow. Ich komm auch rein, ich seh es. Na Leute, gefällt euch das Stirbbild? Hm, sehr. Ich hab's doch rechts oben geholt. Der hat die Käft nicht mal getroffen. Oder Sau zu her. Ding, rechts von ihm. Wirklich? Wie war die Käft jetzt? Bug. Bug, alter, what the fuck? Bug, das ist doch nicht sein erst, oder? Bug the Truck. Rechts. Oh. Monopoly Fortnite. Oh nein. Es gibt auch nur eine Monopoly Millennium Edition, ne? Was? Es gibt eine Monopoly Millennium Edition, die ist auch so geil. Millennium, oder? Millennium, für Millennials. Also unter 18. Oder aktuell schon 18, weil, oh Gott. Millennials werden dieses Jahr 18. Oh mein Gott, sie dürfen... Ich arbeite bei Kreditreformen und es ist Weihnachten, Junge. Natürlich hab ich keine Kohle. What the fuck? Wir haben nur Kohle, um 180 Tannenbäume an Kunden zu verschenken. Da fahren wir Kohle. Aber nicht für die Mitarbeiter. Weißt du, wir durften die Tannenbäume schleppen, man. Die Tannenbäume fest. Ein paar von uns. Wo haben sie... Natürlich sind nett. Ich zeig dir jetzt ein Auto. Wo haben sie denn geparkt? Bei Real. Hier ist Real in der Nähe? Nö. Fuck. Also fast keine 700 Meter die Tannenbäume schleppen. Ich leide, ey. Oh ja. Geben sie mir so ein Klein. Ich zeig dir so eine 2,40 Meter Tanne. Ja, der ist okay. Klein. Was ist richtig? Oh, die Synchronen. Oh, alter. Das war nice. Das war nice. Was war nice? Die Synchronen. Das war mit Kev und Jäger. Die haben einfach Synchronen hier dieses Ding noch. Das fand ich ganz nice. Dieses Ding, meinst du die Reinforcement? Ja, danke. Now you see me. Now you won't. Now you see me. Now you won't. Er hat einen Buffs, bitte. Ich bin jetzt nicht abends ins Bett gegangen und dachte mir, Oh, fick dich, Twitch. Er ist mit dem Level-Fick mit. Und warum kriegt Fetcher die dann nicht? Die Fetcher leidet gerade am meisten. Er kann kaum mehr Gadgets zerstören von den neuen Operatoren. Switch ist hier, ne? Du kannst die Böre nicht üben. Oh, fuck. Ne. Wo? Oh, oh. Hallo, Doc. MP5 XD. Wow. Das ist doch einfach fünf Punkte mehr als du, Justin. Fünf Punkte. Ich hatte vorhin auch fünf Punkte mehr als Kevin. Naja, für mich hat es gereicht. Wieso habe ich das Handy ausgerüstet? Das ist ranzig. Ich weiß es nicht. Das ist ranziger als Rom. Was? Ja. Dieses Handy ist ranziger als Rom. Ich weiß gar nicht mal mehr, was du hattest. Das war dieses eine aus Outbreak. Welcher Held? Dieser gelbe Ganzkörperkondom. Was ist das? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020